Die MIG hatte sie in ihrem Schussfeld. Was haben Sie in diesem Augenblick gedacht? Da oben hat man keine Zeit zu denken. Wenn man denkt, ist man tot. Ein gewagtes Spiel mit einer 30-Millionen-Dollar-Maschine. Ausnahmsweise hat hier das Spiel funktioniert. Die MIG hatte keine Chance zu einem sauberen Schuss. Maverick macht eine aggressiv-vertikale Flugbewegung, steigt über das feindliche Flugzeug und schießt es simuliert ab. Die Aktion war in diesem Fall ein Sieg, aber ich denke, dass sie als gutes Beispiel dafür dienen kann, wie man es nicht machen soll. Weiter. Das war die gewagteste Nummer, die ich je gesehen habe. Was Sie jetzt sehen, ist ein perfektes, korrektes Beispiel eines Lehrbuchmanövers. Lieutenant. 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 Die Berufein in ihrer Leistung in meiner Fluganalyse entsprach voll und ganz meiner beruflichen Erfahrung. Das kann sie nicht hören. Nein! 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 Verdammt noch mal und Sie behaupten, ich bin leichtsinnig? Jetzt merken Sie sich mal eins, wenn ich fliege. Da kommt zuerst die Besatzung und mein Flugzeug. Sie werden sich jetzt anhören, was ich zu sagen habe, Lieutenant. Meine Beurteilung Ihrer Flugleistung war völlig korrekt. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Aber es ist nicht die volle Wahrheit. Ich finde, dass Sie ein herausragender Flieger sind, Meth. Aber das konnte ich auf keinen Fall sagen. Ich hatte Angst, dass jeder Teilnehmer der Fluganalyse mich sofort durchschauen würde. Und es soll niemand wissen, dass ich mich endlich verliebt habe. Ja, das war sie. Es hat deficient, dass alle wegen des Engelentsche fischofen Weau what's vom Saison ist. Musik Musik